Es war am Vorabend der 54. Verleihung der Grammy Awards in Los Angeles. Bereits in der Woche zuvor hatten sich zahllose Musiker, Produzenten, Techniker, Mitarbeiter von Plattenfilmen und Superstars in der kalifornischen Unterhaltungsmetropole eingefunden, um sich auf einer der vielen Partys blicken zu lassen, die der Verleihung vorausgehen. Während die Grammy-Verleihung am 12. Februar im Staples Center von Los Angeles stattfinden sollte, plante der Plattenboss Clive Davis seine eigene Gala im Beverly-Hilton-Hotel. Wie jedes Jahr veranstaltete er eine exklusive Pre-Grammy-Party, bei der sich in der Regel die renommiertesten Vertreter des Musikgeschäfts einfanden und eine beeindruckende Liste von Gaststars für die Unterhaltung sorgte. Auch Clive Davis' größte Entdeckung und Freundin wurde erwartet, Whitney Houston. Auch sie war schon einige Tage vor den Grammys angereist. Am Abend des 9. Februar zeigte sie sich bei einem Auftritt ihrer Freundin Kelly Price, der in einem Club stattfand. Die Veranstaltung stand unter dem Motto »Kelly Price und Freunde unplugged«. Während Kellys Auftritt kam Whitney kurz auf die Bühne und beide sangen zusammen den Song »Jesus Loves Me«. Videoaufnahmen zeigen eine leicht verschwitzte und derangierte Houston in einem schlichten schwarzen Kleid. Sie machte ganz den Eindruck, als ob sie an diesem Abend im Kreis ihrer Freunde großen Spaß hatte. Zu der Zeit ahnte wohl noch niemand, dass dies der letzte öffentliche Auftritt sein würde, bei dem Houston je singen sollte. Am Freitag, dem 11. Februar, befand sich Whitney dann im Beverly Hilton Hotel an der Kreuzung von Santa Monica Boulevard und Wildshire Boulevard. Sie hatte im luxuriösen vierten Stock eine geräumige Suite bezogen, die an einer Ecke des Gebäudes lag und die Zimmernummer 434 trug. Normalerweise waren stets einige Angestellte in ihrer Nähe. Aber für kurze Zeit blieb sie dann doch allein und beschloss, vor der Party noch ein entspannendes Bad zu nehmen. Wie die Polizei von Beverly Hills später mitteilte, fanden ein Angestellter und zwei Bodyguards kurz darauf ihren leblosen Körper in der Wanne. Sie war bewusstlos und reagierte nicht mehr auf die Versuche, sie wieder munter zu machen. Um 15.43 Uhr rief der Angestellte den Rettungsdienst. Glücklicherweise waren Polizei und Feuerwehr bereits auf dem Gelände und schickten sofort Hilfe. Doch auch die Wiederbelebungsversuche der Sanitäter blieben wirkungslos. Um 15.55 Uhr wurde Whitney Houston offiziell für tot erklärt. Einleitung Die Frau, die alles hatte Nur wenige Stars im Showgeschäft haben so hohe Karrieregipfel erklommen wie Whitney Houston. Sie zählt zu den größten Sängerinnen in der Geschichte der Popmusik und feierte 1992 mit ihrem phänomenalen Welthit »I Will Always Love You« den Höhepunkt ihrer Laufbahn. Lange Zeit galt sie als die Personifizierung von Schönheit und Talent und wurde eine der erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten. Aber sie stürzte auch tiefer als viele andere. Nachdem Whitney 1991 den Musiker Bobby Brown geheiratet hatte, begann eine 20-jährige Pechsträhne, die vor allem von ihrem selbstzerstörerischen Verhalten geprägt war. Beruflich und privat, kreativ und psychisch ging es mit ihr stetig weiter bergab. Seit dem Jahr 2000 wurde jedes neue Album und jeder neue Karriereschritt als »Comeback« betrachtet. Doch kaum war sie wieder neu durchgestartet, kam es regelmäßig zu Fehlentscheidungen oder persönlichen Schicksalsschlägen. 2009 landete sie mit ihrem Album »I Look To You« tatsächlich noch einmal den großen Wurf. Zumindest für eine Weile schien es, als ob sie es noch einmal schaffen würde, zu alter Form zurückzufinden, und mit Energie, Stil und Flair auf die Bühne zurückzukehren. Doch als ihre Welttournee ein Jahr später zu Ende ging, häuften sich in der Presse niederschmetternde Kritiken über blasse, schwache Auftritte, bei denen sie schlecht oder gar nicht bei Stimme war und zunehmend sagte sie Konzerte ab. Es war der Anfang vom Ende. Whitney Houston hatte ihre einst so herausragende Stimme verloren und auf der Bühne überzeugte sie nicht mehr. In den Jahren 2010 bis 2012 wurde Whitney Hustons Leben zu einer beängstigenden Achterbahnfahrt zwischen kurzlebigen Triumphen und tiefen Enttäuschungen. 2011 unternahm sie einen letzten Versuch, sich wegen ihrer Drogensucht behandeln zu lassen und übernahm eine Rolle in der Neuauflage des Musikfilms »Sparkle« aus den Siebzigern. Anfang 2012 geisterte dann jedoch das Gerücht durch die Presse, Whitney sei pleite und ihre Drogensucht schlimmer als je zuvor. Was war geschehen? Was war schiefgegangen? Hatte sie nicht immer alles gehabt? »Didn't we almost have it all«, wie sie selbst 1987 in ihrem großen Hit gesungen hatte? »Din't we almost have it all«, Hurricane » – Madame Tate«, »Damn conductor hat » » »Din't we almost have it all«, »The iPhone hatte » »δήquale« » Vielen Dank.